Es ist 2008 nach Christus und wir leben noch immer im Mittelalter? Das Verlangen ist groß, immens. Ich fühle es und schmecke es in meinen Träumen. Sogar jetzt. Das Verlangen ist groß, ich mache eine Diät. Weißt du, wie lang ich schon fasste? Sogar jetzt, während ich euch ansehe, habe ich Lust. Ich sehe in euren Augen dasselbe Verlangen. Und dieses Erkennen macht meinen Hunger nur noch größer. Ich kenne den Durst. Einen Durst ohne Maß. Ich muss aufpassen. Mich beherrschen. Wir sind süchtig. Wir sind süchtig. Nach dem besten Stoff, den es gibt. Es wird grausam dafür gefögelt und leidenschaftlich geschlagen. Festlich dafür vergewaltigt und rituell abgeschlachtet. Ritterlich dafür getötet und massenhaft gemordet. Orgie, Opfer und Krieg. Dasselbe Verlangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Unsere Sucht ist Blut. Wir saugen, schlürfen, trinken, saufen, fressen. Blut. Um zu vergessen. Musik 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 Musik